Was ein Intro-Fesch, oder? Das ist die JBL Boombox 2, die kennt ihr mit Sicherheit schon mittlerweile auch deutlich günstiger im Preis zu bekommen. Aktuell immer noch fette 350 Euro, UVP-Preis lag mal bei 500 Euro. Wir haben uns das Ding ein bisschen angeschaut, angehört und geben uns jetzt unsere Meinung dazu ab. So, passt. Ja, formschön groß und fast 6 Kilo schwer. Das heißt, hier könnt ihr dann erstmal einarmiges reißen oder ein bisschen Bizeps, Trizeps trainieren, je nachdem, wo ihr das Ding dann quasi hinpackt. Also das wäre dann für die Trizeps zum Beispiel. Mit 7 Kilo ist der eine oder andere vielleicht sogar schon ein bisschen überfordert. Okay, es sind 6, 5,9 ganz genau. Es ist eine Riesenkiste. Man sieht das, sie hat wie gesagt auch einen sehr, sehr stolzen Preis. Wie gesagt, der UVP-Preis war mal bei 500 Euro, mittlerweile für 350 Euro zu bekommen. Man muss dem Ganzen aber natürlich irgendwie auch Lob und Anerkennung geben, denn das Ganze ist irgendwo noch tragbar, mobil benutzbar und hat einen integrierten Akku mit 10.000 mAh, der im besten Fall für 24 Stunden Laufzeit genügen kann. So, das vielleicht mal zu den ganz kleinen faktischen technischen Daten. Natürlich gibt es auch andere Farben. Wir haben uns jetzt einfach mal für die entschieden, weil die aktuell halt einfach am günstigsten ist. Ich finde die jetzt tatsächlich nicht so schön. Meine Soldatenzeit ist längst vorbei und mit dem Grün kann ich jetzt nicht mehr so viel anfangen. Aber wem es schmeckt, wem es gefällt, der darf das natürlich nehmen. Was auffällig ist, sind natürlich die Passivmembrane für die Tieftöner. Das heißt, eine links, eine rechts, hier sogar mit einem fetten Ausrufezeichen. Also nicht zu nah rangehen, könnt ihr das Kleidung und wegfeuern. Wie gut das tatsächlich funktioniert, dazu kommen wir natürlich auch noch. So, ansonsten sehen wir, dass das Ganze natürlich auch beziffert ist und beschildert ist, dass wir ja auch wissen, dass es die Boombox 2 ist. Man sieht auch, das Gerät ist an, an und aus Knopf, Bluetooth-Kopplungsbutton, um das Ganze halt irgendwo mit einem Gerät zu koppeln. Dann sieht man hier links daneben, tatsächlich ein bisschen schwer erkennbar, die Bedienelemente aus Gummi, die hätte man vielleicht auch schwarz oder vielleicht auch ein bisschen weiß machen können. Zumindest, ja gut, es passt zu Flektan. Lautstärke Minus, Lautstärke Hoch, Play, Pause. Den Taster dafür jeweils kann ich natürlich entsprechend drücken und fertig. Feedback ist in Ordnung. Und dann gibt es natürlich noch den Stereo-Pairing-Modus. Hier gleich den Hinweis, wer jetzt ältere JBL-Geräte hat, wird den nicht mehr benutzen können, sondern nur mit der neueren Generation. Ansonsten natürlich kaum zu übersehen das große Logo. Und auf der Unterseite, wenn wir jetzt hier ein bisschen drücken, sieht man auch noch quasi die Akkustandsanzeige. Das heißt, hier haben wir schon ein bisschen Akkustand verloren. Der Fuß hier unten ist komplett auch aus Gummi, dementsprechend auch ein bisschen rutschfest. Was die Anschlüsse angeht, gibt es auf der Rückseite, unter der dicken Gummisicke, man merkt, dass gerade das nach IPX7 wasserdicht, gibt es natürlich den Stromeingang. Hier werden dann 40 Watt befeuert. Wenn ich im Akkumodus bin, kann ich 30 Watt benutzen. Ein USB-Port, um angeklemmte Telefone zum Beispiel zu beladen. Also das heißt, ich kann das Ganze als Powerbank benutzen. Dann gibt es noch einen Service-Stecker, wofür der nutzbar ist, weiß ich jetzt allerdings nicht. Und einen 3,5mm Klinkenstecker, falls ihr mal keinen Bluetooth zur Verfügung habt. So, ich würde sagen, bevor ich groß das Ding noch weitererzähle und erkläre und was die Treiber so können, wie groß sie sind und peng und knall und puff, wir machen einfach mal Musik an. Musik Bis zum nächsten Mal. 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 Aber ich bin ja nicht der Nabel der Welt, sondern letztendlich entscheidet ja ihr, was euch gefällt, was ihr kaufen wollt und was ihr für euer Geld ausgebt und bekommt. Das wisst ihr jetzt. Die Knalltüte macht auf jeden Fall Spaß. Und wenn noch Fragen sind, schreibt sie in die Kommentare. Gebt gerne Feedback, wenn ihr diese Kiste benutzt, was ihr davon haltet oder ob es zu groß ist, zu fett ist, ihr mehr Tiefgang haben wollt oder, oder, oder. Alternativen gibt es natürlich hunderte. Die kann ich hier natürlich auch nicht aufzählen. Ja, grundsätzlich soll es das auch dann erstmal gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.